Hallo, heute ist ein richtig schöner Tag für eine zauberhafte Geschichte. Aber bevor ich euch jetzt gleich mitnehme nach Irland, muss ich euch darauf hinweisen, ihr seht es da oben schon, Dauerwerbesendung, weil ich hier jetzt Werbung mache für das Buch, das meine Tochter für mich geschrieben hat. Und ihr könntet ja unter Umständen auf die Idee kommen und euch das bestellen. So, das wäre, damit wäre dem Gesetze Genüge getan. Alle Infos zu dem Buch, zu, ja, wie wir darauf gekommen sind und so weiter, findet ihr alle hier unten in der Infobox. Ihr findet da einen Link zu dem Video, wo wir euch alles erklären, was wichtig ist, was ihr wissen solltet vielleicht. Und ihr müsst keine Angst haben, dass mir hier irgendwann mal die Puste ausgeht und ihr mitten im Buch hängen gelassen werdet. Nein, das wird nicht passieren. Denn wenn ihr das jetzt hören könnt, dann haben wir schon alle Teile hochgeladen. Die sind dann zwar für euch noch nicht zugänglich, aber jeden Tag um 18 Uhr wird automatisch ein neuer Teil für euch hochgeladen und ihr könnt ihn dann hören. So, also keine Angst, wir lassen euch nicht mitten irgendwo in Irland stehen. Nein, wir führen das ganz bis zum Ende. Ja, so und jetzt fangen wir ganz einfach an mit Rosamund, ihr irisches Glück, ihre Kobolde und die Liebe. So, Kapitel 1 Imogen Versteckt von einem verwilderten Ginsterbusch beobachtete Imogen Wicklow, wie Bessie Cleary zu Grabe getragen wurde. Das Herz in ihrer kleinen Koboldbrust war wie zugeschnürt. Stumme Tränen rannen über ihr winziges Gesicht, während sie sich mit einem Stückchen Stoff, das als Taschentuch diente, ihre Wangen trocknete. Mehr als 70 Jahre hatte sie mit Bessie unter einem Dach gewohnt. Es fiel Imogen schwer, sich vorzustellen, dass ihr Langbein, wie Kobolde die Menschen liebevoll nannten, niemals wieder mit Einkäufen beladen durch die Tür käme. Jeder Mensch und Kobold von Green Oven war gekommen, um Bessie das letzte Geleit zu geben. Bessie hatte zu jenen gehört, die noch an das kleine Volk glaubten. So hatte sie stets ein paar Cents für sie hingelegt und vom frischgebackenen Kuchen ein paar Krümel auf einem Teller liegen lassen. Dank ihr hatten die Wicklows fast fürstlich gelebt. Eine leichte Brise wehte frische Meeresluft auf dem Friedhof, der sich mit dem Duft von Blumen und feuchter Erde mischte. Die Sonne brach durch den mit Wolken verhangenen Himmel. Ein Wetter, wie es Bessie besonders geliebt hatte. Nicht zu warm und nicht zu kalt, mit einer Prise Sonnenschein. Father Jack breitete vor dem frischen Grab die Arme aus und in Imogens Kopf zogen all die Fragmente aus Bessies Leben vorbei. Das wilde Kind, das Gruselgeschichten liebte, die junge Frau, die vor dem Altar sitzen gelassen wurde. Der dumme Streit mit Mona, ihrer Schwester, der nie beigelegt geworden war. Wieso war ein Menschenleben nur so kurz, durchfuhr es Imogen, die mit ihren 158 Jahren noch immer das blühende Leben war. Niemand fehlt, sogar der alte Grießgramm Beutestier, sagte Imogens Mann Seamus und sie hörte das leichte Zittern der Rührung in seiner Stimme. Bessie wurde wahrlich geliebt und geschätzt. Er legte zärtlich einen Arm um Imogens schmale Schultern und drückte sie an sich. Die Kobolde, die weiter unten am Hang standen, warfen verstohlen neugierige Blicke zu Imogen und ihrer Familie hinauf. Pietätvoll hielten sie Abstand und ließen ihnen Raum, sich von ihrem Langbein zu verabschieden. Seit dem Tod von Bessie waren die Wicklos verarmt. Kobolde ohne Langbein, das war wie Baileys ohne Whisky. Wenn das Haus leer stand, war man gezwungen, alles auf dem Koboldmarkt zu kaufen, statt es bei den Langbeinen abzuzweigen. Bessie starb kinderlos und ohne geheiratet zu haben. Niemand wusste, ob ihre Nichte Rosamund, die ihre Erbin war, das Cottage behielt und in das kleine Dorf ziehen wollte. Als Faser Jack erwähnte, welch tugendhafte Frau die geschätzte Bessie gewesen sei, entrang sich Imogens Kehle ein tiefes Schluchzen. Sie vergrub ihren Kopf an der Brust ihres Mannes und presste sich ihr zusammengeknülltes Taschentuch fest vor den Mund. Niemand sollte ihr Schluchzen hören. Nicht einmal den Finger konnten wir ihr halten, weinte sie leise. In Albträumen verfolgte es sie, dass sie nicht bei Bessie wachte, als diese starb. Nach Kobold-Sitte hätten Imogen und ihre Familie nachts zu ihr schleichen, sich neben der alten Dame aufs Kopfkissen setzen und ihr die Geschichten von der Regenbogenbrücke erzählen müssen. Sieh sie dir an, sie starren uns an, schnaubte Imogens Tochter Brianna, die bockig auf der Platte eines umgefallenen, verwitterten Grabsteins saß und die Beine baumeln ließ. Sie warten nur darauf, dass wir einknicken und zugeben, dass wir vollkommen aufgeschmissen sind. Wir sind nicht völlig aufgeschmissen, Seamus klang zwar im ersten Moment resolut, fügte aber mürrisch hinzu, dass sie es zumindest jetzt noch nicht waren. Zeigt ein wenig mehr Respekt. Sie haben noch nicht einmal Erde auf die arme Bessie geworfen und ihr beklagt euch schon, welchen egoistischen Verlust ihr Tod mit sich bringt. Imogen sah sowohl ihren Mann als auch ihre Tochter streng an, ehe ihr Blick erneut von Trauer bewässert wurde. Genau genommen war es nur deine Tochter und nicht ich, verteidigte sich Seamus. Jetzt komme ich ins Rotieren. Deine Tochter, dein Sohn, das waren Brianna und Micky nur, wenn die lieben Kinderchen Fehler begingen oder Blödsinn verzapften. Als Brianna loszog, um sich Arbeit zu suchen, da waren sie ganz Daddys mutiges Mädchen gewesen. Imogen verabscheute diese Unterschiede zwischen mein und dein. Nein, es waren ihre gemeinsamen Kinder. Es kostete sie einiges an Mühe und Selbstbeherrschung, einen bissigen Kommentar hinunterzuschlucken. Da! Brianna stand empört auf. Die schälende Lindsay hat hergesehen. Die kann ich hergesehen haben. Alles, was die sieht, ist ihre Nasenspitze, bemerkte Micky und stellte sich neben seine Schwester, dabei mit einem abgebrochenen Grashalm spielend. Aber jetzt hat Puffin geglotzt. Hört ihr auf, fuhrt Imogen zu ihren Kindern herum und das, wo sie sich so vorgenommen hatte, sich nicht provozieren zu lassen. Jeder weiß, dass wir arm sind. Wollen wir jetzt auch noch als herzlos dastehen? Wen kümmert's? Micky starrte bockig auf seine Hände. Er hatte sich erst vorgestern geprügelt, als jemand die Familie in ihre beleidigte. Imogen wurmte es, dass sie nicht wusste, wer der gemeine Bengel war und was genau er gesagt hatte. Zu gern hätte sie die Schrammen ihres Sohnes ein klein wenig gerecht. Richtet und ihr werdet gerichtet, schwafelte Micky. Solange die Göttin oder Gott weiß, dass wir Bessie geliebt haben, ist es mir egal, was die dummen Leute hier auf Erden denken. Micky und sein bester Freund hatten die flammenden Reden von Faser Jack aufgesaugt wie ein Schwamm eine Pfütze Milch. Jeden Sonntag waren sie in der Kirche anzutreffen. Nicht um die Predigt zu hören, das geschah ganz nebenbei. Es waren die Sandwiches und Kekse des fülligen Faser Jack, die es den beiden Kobold-Jungen angetan hatten und von denen sie sich während des Gottesdienstes bedienten. Sie rollten auch den einen oder anderen Knopf nach Hause, nachdem Faser Jack den Klingelbeutel geleert und alles aussortiert hatte, was keine Münze war. »Lasst uns beten für dieses wertvolle Schaf der Gemeinschaft Gottes. Möge sie zur himmlischen Herde zurückkehren«, forderte Faser Jack die Gemeinde auf. »Kinder«, ermahnte Seamus sie zum Schweigen. Er selbst hielt nichts vom Beten, ebenso wenig wie von Regenbogenbrücken und Göttern, egal welchen Geschlechtes oder welcher Religion. Was er jedoch liebte, war seine Ruhe. »Ich bitte dich, Dad«, Micky verdrehte seine Augen. »Lege Bessie nicht in dem Sarg, stände sie in der hintersten Reihe und würde über die scheinheilige Prozedur lästern.« Immer mehr und mehr aus der Kobold-Gemeinde drehten sich zu ihnen um und sahen den Hang hinauf. Sie begannen zu tuscheln und manche schüttelten sogar missbilligend ihren Kopf über das Benehmen der Wicklows. In Imogen schwelte die Wut ihrer Kinder. Die anderen hatten gut Reden in ihrer Selbstzufriedenheit. Vor elf Wochen, bevor Bessie ins Krankenhaus kam, hatten die Wicklows noch zu den angesehensten Kobold-Familien der Gegend gehört. Mittlerweile begegnete man ihnen deutlich kühler. Niemand hielt mehr bei Versammlungen Plätze für sie frei und viel zu häufig verstummten die Gespräche, sobald sie des Weges kamen. Die Zwillinge Tickel-Tackel blickten zu Imogen und ein diabolisches Grinsen stahl sich in ihre Gesichter. Diese bösartigsten aller Tratschweiber von Carrie. Sollten sie sich doch ihre Mäuler zerreißen. Sie hatte sich nichts vorzuwerfen, ihr Gewissen war rein. Andächtig senkte sie ihren Kopf, aber bei aller Liebe für Bessie. In ihr tobten Rache-Gedanken. Jeder, der sie jetzt herablassend behandelte, sollte es bald schon bereuen. Das Haus würde jemand mit Unmengen an Geld kaufen, ein Millionär. Ja, ein Millionär sollte in das Cottage einziehen. Von den neuen Besitzern organisierten sie sich da nicht nur Kuchen, sondern Kaviar. Wenn sich die boshafte Brutern bei Imogen um den Tisch setzen wollte, würde sie nur noch jenen die Tür öffnen, die es verdienten. Imogen verweilte bei dem Gedanken an einen reichen Eigentümer und erlaubte sich, von einem Urlaub in der Karibik zu träumen. Eingekuschelt in ein weiches Designerkleid würde sie heimlich mitreisen, endlich weiße Strände sehen und von einem Cocktail nippen. Sie seufzte schwer. Sprichwörtlich war das Glück mit den Iren. Warum nicht gleichermaßen mit den irischen Kobolden? Und da Wunder geschahen, sobald man sie brauchte, fühlte Imogen wie die Zuversicht in ihr wuchs. Sie, Imogen Wicklow, würde die Welt bereisen und mit den schönsten Souvenirs nach Hause kommen. Mom! Mom! Brianna riss sie unsanft aus ihren Tagträumen. Bist du eingeschlafen? Was ist? Imogen wandte sich ihrer Tochter zu, die mit einem Mal gar nicht mehr aussah wie eine junge Frau, die gerade volljährig geworden war mit ihren 37 Jahren. Brianna sah verletzlich aus, wie das kleine Mädchen, das weinte, weil der Rasenmäher die schönsten Gänseblümchen häckselte. Ich will nicht, dass sie tot ist, brach es aus Brianna heraus und sie schlang die Arme um Imogen. Es war stets das Gleiche mit Brianna. Sie gab sich stark und jungenhaft, bis die nicht geweinten Tränen sich nicht mehr aufhalten ließen. Ich weiß, meine Kleine, ich weiß. Sie führte ihre Tochter ein wenig abseits. Bessie hatte ein schönes und erfülltes Leben. Sie hatte nicht mal einen Mann. Keiner aus ihrer Familie ist zur Beerdigung gekommen. Brianna plumpste wie ein Sack Kartoffeln ins Gras. Nur zögerlich trotteten Seamus und Micky näher heran. Verschreckt von dem tränenreichen Gefühlsausbruch. Hast du nicht gesagt, dass Rosamund kommt und dann alles gut wird? Brianna sah sie anschuldigend an. Hast du nicht gesagt, dass Rosamund das Haus behält? Hast du nicht gesagt, dass sie unser neues Langbein wird? Meintest du nicht, dass Rosamund unser Leben verbessert, weil ihre Texte in Zeitungen abgedruckt werden und sie berühmt ist? Anklagend sah Brianna ihre Mutter aus geröteten Augen an. Was bin ich? Wahrsager? Wenn meine Aussagen so viel wert wären, dass ich damit Goldmünzen verdienen könnte, wüsste ich wohl kaum auf dem Markt Zwiebeln zerlegen. Keifte sie sofort zurück und setzte sich neben ihr Mädchen. Rosamund wird kommen. Sie kommen alle, wenn es etwas zu Erben gibt. Seamus blieb neben ihnen stehen und nickte mit grimmiger Miene. Da sind sich die Kobolde und die Langbeine einig. Wo Gold ist, kapschen Hände danach. Imogen hegte insgeheim ihre Bedenken. Die Nichte von Bessie war, nach dem, was sie hörte, eine bedeutende Journalistin geworden. Wieso sollte jemand so Prominentes sich für das Cottage interessieren? Bei ihrem letzten Besuch war sie neun Jahre alt gewesen und hatte garantiert keinerlei emotionale Bindung an diesen Ort, falls sie sich überhaupt noch daran erinnerte. Imogen hatte zwar eine hohe Meinung von dem Cottage, dass es zu Erben galt, aber sie war nicht gänzlich realitätsfern. Warum sollte Rosamund hier leben wollen, wo ihr die ganze Welt offen stand? Sie, die vom Leben der Schönen und Reichen berichtete. Was die Wigglos brauchten, war ein Künstler mit Burnout. Einen finanzstarken, innerlich ausgebrannten Maler oder Schriftsteller. Das wäre ideal. Vermutlich reißen sie das Haus eh ab, wie das von den Hennigans. Du weißt schon, die Hennigans von durch den Wald und über die Mauer, sagte Micky Düster. Niemand wollte ihr Haus. Landflucht hatten sie es genannt. Menschen wollen in den Städten leben. Landleben ist nur gut für Wochenenden und Urlaubstage im Sommer. Das weiß doch jeder von den Menschen. Und dann letzte Woche kamen die Bagger. Bumm. Alles platt. Haben das Cottage einfach planiert. Jetzt bauen sie da ein modernes Ferienhaus. Und die Hennigans wohnen vorübergehend bei den McCrays. Die Kobold-Regierung ist am Überlegen, ob wir nicht wie die Feen besser Hügel und Bäume beziehen. Sie sagen, die Langbeine seien nicht mehr unsere Freunde. Die Langbeine alleine lassen? Empört rappelte sich Imogen auf. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Es ist die oberste Kobolds Pflicht zu helfen, wenn die Leute nett sind und zu strafen, wenn sie unartig waren. Das ist Teil unserer Natur. Es ist Teil unserer Hymne. Ich zitiere und stehe den Langbeinen bei, kleiner Kobold, denn die Ehre eines Kobolds ist mehr wert als alles Gold. Micky zuckte nur mit den schmalen Schultern. Tja, die Hymne wird dann wohl geändert. Kommt alles auf die nächsten Wahlen an und ob Mr. Brown gewinnt. Sie haben das Cottage ohne Skrupel abgerissen? Es ist nichts mehr stehen geblieben? Kam Brianna auf das elende Thema zurück und funkelte Micky böse an, als habe er die Bagger bestellt. Ein Haus ist nicht nur Stein, Holz und Mörtel. Es ist gefüllt mit Geschichten, Gefühlen und Erinnerungen. Das muss den Langbeinen doch bewusst sein. Du bist so dumm, wie du rothaarig bist. Micky sprang sofort zurück, ehe Briannas Hand ihn erwischte. Imogen konnte sich nicht vorstellen, ihr Cottage zu verlieren. Schon acht Kobold-Generationen vor ihr lebten dort. Nicht doch, sagte Seamus, beunruhigt über die Flucht von Emotionen. Das passiert nur diesen alten Häusern, aber nicht unserem. Vor 20 Jahren haben sie es erst ein wenig modernisiert. Modernisiert? Micky sah seinen Vater zweifelnd an. Wir sprechen hier von Dreifachverglasung und Solaranlagen. Was soll das sein? Solar, fragte Seamus ruppig. Wieder so eine neumodische Sache, die schneller veraltet ist, als man sich ihren Namen merkt. Micky zuckte wieder mit den Schultern. Keine Ahnung, was es ist. Allerdings scheint man heute viel Wert darauf zu legen. Unser Haus hat gute, verglaste Fenster, überall außer im Abstellraum Heizkörper, warmes Wasser, Toilette mit Wasserspülung, Strom, Fernseher, Telefon und dieses Internet, was immer das so genau ist. Das ist ein Luxusleben, das unser Häuschen einem Langbein bietet. Schemes Worte waren eine Kampfansage an jeden Menschen, der sein Heim als minderwertig bezeichnete. Sollte nur ein einziger Interessent auf die Idee kommen, dass sie Solar benötigten, würde er nicht zögern, zu den Stecknadeln zu greifen und auf die Waden dieser Menschen einzupicken. Wisst ihr was? Alles wird gut, wir sind rechtschaffende Kobolde und somit beschützt. Imogen war davon überzeugt, auf der guten Seite der Moral zu stehen, sogar wenn sie böse Gedanken hegte. Solange wir uns haben, haben wir, was wir brauchen. Ihre Familie sah sie skeptisch an. Natürlich wäre ein Töpfchen mehr Gold sinnvoll, neue Kleider nett und regelmäßiges Essen im Haus eine Erleichterung, aber das würde wiederkommen und dann in rauen Mengen. So war es ständig in den Geschichten, die sie im Fernsehen zeigten. Sie musste doch nur zu Schemes schauen, um zu wissen, dass es auch die wahre Liebe und Glück gab. Lasst uns gehen, bevor die anderen hier sind, um uns auf den Zahn zu fühlen, wie es weitergeht. Die sehen früh genug, wie wir einem Phönix gleich aus der Asche zu neuem Ansehen gelangen. Imogen scheuchte ihre Familie auf. Ich kann auf dem Lucky Charm Festival die Kinderbetreuung übernehmen, sagte Brianna unerwartet, die sich in der Not als erstaunlich zäh erwies. Ich habe den Veranstaltern schon eine Zusage gegeben. Du und Kinder? Micky zweifelte ebenso wie der Rest der Familie. Bei dem Job geht es nicht um Kinder, sondern ums Geld. Und wenn die lieben Kleinen von mir schwärmen, wird mehr rausspringen. Ich werde ganz andere Seiten an mir entdecken müssen. Aber solange es was einbringt, entdecke ich in mir Atlantis, falls es uns nützt. Zur Not könnten Brianna und Micky gut verheiratet werden, so wie man es zu Imogen-Zeiten arrangierte. Hübsch genug waren sie alle mal, um eine wohlhabende Partie zu finden. Du läufst wie ein Grashüpfer, Brianna. Du bist zu alt dafür, korrigierte Imogen ihre Tochter. Imogen beobachtete, wie ihre Kinder die Trauer abstreiften und begannen, sich durch die hohen Gräser zu jagen. Nicht darauf achten, dass die Kleidung Grasflecken bekam. Sie reißen unser Haus schon nicht ab, meinte Seamus unerwartet. Und wenn ich zum großen Polterer werden muss. Zum großen Polterer zu werden. Das war die letzte Maßnahme, die Kobolder ergriffen, um lästige Menschen loszuwerden. Sie versteckten wichtige Dinge, tröpfelten Öl in den Tee und sorgten für Krach in der Nacht. Imogen kicherte bei dem Gedanken daran. Als sie noch jung waren, da hatten sie und Seamus oft zum Spaß gepoltert. Weißt du, ich habe das eben ernst gemeint. Solange wir zusammenbleiben, kann die Zukunft gar nicht schlecht werden, sagte Imogen. Langsam schob sie ihre Finger in seine raue Hand, so wie sie es schon seit über 100 Jahren tat. Kapitel 2 Rosamund Sie sollten sich freuen. Diesen Spruch hatte die Sekretärin des Anwaltes gesagt, bevor Rosamund die Kanzlei verließ. Dennoch fühlte sie sich voller Angst und Schuld. Fest hielt sie ihre Handtasche umklammert, während sie die Straßen von Dublin entlang lief. In dieser unscheinbaren Tasche befand sich nicht nur ein Smartphone, Make-up, ein Buch, Schlüssel und eine Notfallreserve Schokolade, sondern auch ein ganzes Haus, ein Cottage, das seit heute ihr gehörte. Es war zwar nur ein Papier, das bezeugte, dass sie die rechtmäßige Besitzerin war, aber es genügte, um Rosamund in Aufregung zu versetzen. Ein Haus auf dem Land war ein so wertvoller Besitz, dass sie glaubte, es nicht zu überleben, wenn man es ihr jetzt interesse. Vage Bilder des Hauses an der Ostküste Irlands tauchten auf. Bruchstücke von Sommern, in denen sie über Zäune sprang und auf Steinmauern balancierte. Da waren ganz viele Schafe in ihren Erinnerungen und natürlich Kühe. Und vor allem waren da der Geruch vom nahen Meer und das Gefühl von Freiheit, wenn sie an den Klippen stand, auf die riesige blaue Fläche schaute und die Möwen beobachtete. Sie erinnerte sich an die wenigen Weihnachten, die sie dort verbrachte, und besonders an ein Weihnachtsfest. Tante Bessie und ihre Mutter zerstritten sich, weil sie sich in denselben Mann verliebt hatten. Ihn hatte keine der Schwestern bekommen, aber er hatte ihre Einheit für immer zerstört. Sobald Rosamund an diesen Streit dachte, fühlte sie die Schwere der Schuld in ihrer Brust. Tante Bessie starb, während sie selbst, nichts davon ahnt, auf Mallorca mit ihrem verlobten Dylan gewesen war. Niemand hatte sie benachrichtigt, dass Bessie überhaupt im Krankenhaus lag und nun die Sonnenbräune weiterhin deutlich sichtbar. Auf ihrer sonst typisch hellen irischen Haut kam sie sich wie ein Unmensch vor. Sie profitierte von dem Tod eines Menschen, um den sie sich nicht gekümmert hatte. »Ich habe Eigentum«, sagte Rosamund leise zu sich und konnte es kaum glauben. Sie hatte sich schon nicht vorstellen können, dass sie ihre Schulden, die sich zu Studienzeiten angehäuft hatten, je wieder abbezahlen konnte. Jetzt besaß sie ein Haus. Er wurde schwindelig. Sie wollte sich freuen. Trotzdem bereitete er das Gefühlscocktail Übelkeit. Der Gefühlscocktail Sie schob die Tür zu Paris auf, dem Lokal, das fast genau zwischen Rosamunds Redaktion und Dillans Büro lag. Durch die Lage war es für ihn zum idealen Treffpunkt geworden und die einzige Möglichkeit, gemeinsam zu Mittag zu essen. Der Geruch von Pommes und ein leichter Duft nach gebratenem Fisch wehten ihr entgegen. Direkt am ersten Tisch, von der Tür aus gesehen, saß Dylan und wartete bereits auf sie. Es war im Prinzip schon irrtisch, denn er ließ ihnen sich immer reservieren. Der Platz direkt am Eingang sparte Schritte. Schritte bedeuteten Zeit und Zeit war Geld oder Spaß, wie Dylan nicht müde wurde zu betonen. Sich durch einen engen Laden zu schlängeln und womöglich keinen Platz zu bekommen, um disponieren zu müssen, das war in seinen Augen reine Zeitverschwendung. Dylan war stolz auf seine Fähigkeit, ein absolut logischer Mensch zu sein. Eigenschaften, die Rosamund von ihrer emotionalen Mutter nie gelernt hatte. Damals wie heute schätzte sie es an Dylan, dass er ihrem Leben eine Struktur gab. Jetzt jedoch fürchtete sie, dass es zu einem Streit kommen würde. Mit jedem Schritt in Richtung Paris hatte sie gemerkt, wie sehr es ihr widerstrebte, das Haus zu verkaufen. Es war über Generationen im Besitz ihrer Familie. Ihre Mutter war dort aufgewachsen. Sie war kein Mensch, der aus ihrem Erbe einfach nur Profit schlug. Ein Entschluss, den sie nur damit begründen konnte, dass es sich falsch anfühlte. Aber Emotionen spielten bei solchen Entscheidungen bei Dylan so gut wie nie eine Rolle. Er stand auf, als er sie sah, küsste sie kurz zur Begrüßung auf den Mund und machte ihr höflich ein Kompliment, wie er stets tat. Sie antwortete mit einem Lächeln. Es war wie ein Tanz, der schon so viele Male getanzt worden war, so dass die einzelnen Bewegungen und Bemerkungen automatisch abliefen. Kaum dass sie saß, durchbrach sie die Routine und nahm ihre Handtasche mit leicht zitternen Fingern auf die Knie. Dylan beobachtete sie aufmerksam. Er wusste von ihrem Termin beim Notar und ihm war klar, dass sie geerbt hatte. Sie hatten beide geahnt, dass es das Haus betreffe, doch nun den Beweis, schwarz auf weiß auf den Tisch zu legen, ließ Rosamund mulmig in ihrer Haut werden. Hoffentlich hatte er noch nicht bestellt. Sie würde kaum ein Bissen herunterbekommen. Ich bin allein, Erwin, sagte sie und reichte ihm die Mappe herüber. Dir geht es nicht gut, diagnostizierte er, anstatt die Mappe sofort aufzuklappen und sich die darin liegenden Unterlagen anzusehen. Nein, mir geht es nicht sonderlich. Die Nervosität ließ ihre Stimme vibrieren. Für eine Sekunde zogen sich seine Augenbrauen nachdenklich zusammen. Dann nickte er langsam und schlug nun doch die Mappe auf, anstatt Fragen zu stellen. Vermutlich glaubte er, alles, was er wissen müsse, dort drinnen zu finden. Sie sah, wie seine Augen schnell von Zeile zu Zeile flogen. Sein Gesicht zeigte nichts weiter als Konzentration. Sie hat nicht für die Zukunft vorgesorgt, meinte Dillen und schüttelte ebenso bekümmert den Kopf wie damals, als er für Rosamund einen Raus aus dem Schuldenplan entwickelte. Aber dir kommt es trotzdem zugute. Man sagt ja, dass Kleinvieh ebenfalls Mist macht. Ein Kellner kam an den Tisch und brachte eine Karaffe Wasser. Für mich bitte einen kleinen Whisky. Obwohl sie wusste, dass Dillen es nicht schätzte, wenn am Tag Alkohol getrunken wurde, brauchte sie jetzt einen Drink zum Entspannen der Nerven. Langsam ging Dillens Kopf nach oben und als der Kellner gegangen war, fragte er so leise, als sei sie eine Alkoholikerin, ob dies ihr ernst sei. Wenn es nicht mein Ernst wäre, hätte ich es wohl nicht bestellt, oder? Ihr Lächeln entglitt ihr zum Haifischgrinsen. Er nickte zustimmend und erwiderte nichts. Die Frage hatte ja auch schon ihre Aufgabe erfüllt. Sie fühlte sich schlecht wegen des Whiskys. Ah, sagte Dillen unvermittelt, hier haben wir das Cottage. Sofern du willst, nehme ich die Unterlagen gleich mit und rufe vom Büro aus ein paar Makler in der Gegend an. Der Zeitpunkt war gekommen, ihm ihre Bedenken mitzuteilen. Bevor wir an den Verkauf denken, sollten wir hinfahren, uns das Haus ansehen und ich weiß nicht, vielleicht ein verlängertes Wochenende aus der Besichtigung machen. Ich weiß, wir hatten gerade erst Urlaub. Dennoch bin ich mir sicher, dass es wichtig ist. Ich könnte einen Artikel schreiben, irgendeinen Reisebericht darüber, wie Ned Carey ist. Sie fühlte sich so unsicher wie ein Kind, das um Geschenke feitschte. Ich weiß, dass wir fahren müssen. Hier steht, dass da persönliche Dinge im Haus sind, die an dich fallen. Die werden wir entsorgen lassen. Und bei der Gelegenheit sprechen wir mit den Maklern. Du weißt, ich bin ein Freund davon, die Menschen zu treffen, mit denen ich Geschäfte mache. Es ist jetzt die beste Jahreszeit. Das Haus zu fotografieren. Im Winter werden die Fotos nicht mehr schön. Erinnere dich an das Haus meiner Eltern. Da waren es die Fotos. Ganz allein die Fotos, weswegen sie 30 Prozent mehr Gewinn erzielten als ihre Nachbarn. Aber keine Angst, ich mache das schon. Er lächelte sie an und tätschelte ihre Hand, bevor er zu seinem Glas Wasser griff. Ist das nicht beruhigender als dein Whisky? Der Kellner trat wieder an den Tisch und stellte vor Rosemund den Whisky ab, den sie auf Ex hinunterkippte. Der Alkohol schien in ihrem Hals zu glühen und sie hustete, was sie einen mitleidigen Blick von Dylan einbrachte. Ich hätte gerne eine maklerfreie Zeit in dem Cottage von Tante Bessie. Ich will einfach, verdammt Dylan, wie soll ich das ausdrücken? Ich will da noch einmal einige Tage übernachten, bevor ich es abstoße und sei es nur für ein Wochenende. Das Haus ist doch keine alte Schreibmaschine oder ein Wintermantel. Es ist ein Haus. Er nahm ihre Hände und sah tief in die Augen. Das ist widersinnig. Da müssen wir ein zweites Mal dorthin. Sie holte Luft und seufzte. Er würde es nicht verstehen. Kein Satz brachte sie hier weiter. Er war wie eine Mauer aus Praktikabilität. Gut, sagte sie, weil es ihr wichtig war, dass er mit ihr kam. Insgeheim hoffte sie, dass er das Cottage lediglich sehen müsste, um sich in ihren Traum zu verlieben. So wie er sich, wie wieder jeder Vernunft in sie verliebt hatte. Wie er mit Vergnügen erzählte, das Verrückteste, was ihm je passiert sei. Und wenn er einmal so leichtsinnig seinen praktischen Sinn außer Acht gelassen hatte, konnte es bestimmt noch einmal geschehen. Als der Kellner sich näherte, gab Dylan ihre Hände frei. Natürlich hatte er längst bestellt, vermutlich in einem Atemzug mit der telefonischen Reservierung. So gab es wie gewöhnlich Spaghetti für Rosamund und einen Kartoffelauflauf mit einer extra Portion Speck für ihn. Ich fühle mich schuldig, platzte es aus Rosamund heraus, als sie die Nudeln unwillig von einer Seite des Tellers auf die andere schob. Ich hätte den Kontakt zu Bessie suchen müssen, spätestens nach Mams Tod. Es wäre ihre Pflicht gewesen, nach dir zu sehen. Du warst ihre Nichte. Es war ihre Aufgabe, als reifere Dame der Familie, sozusagen als Familienälteste, die Hände nach dir auszustrecken, versuchte Dylan ihr schlechtes Gewissen zu besänftigen. Sie bereute es, das Thema überhaupt angeschnitten zu haben. Aus seiner logischen Perspektive hatte sie sich nicht schuldig zu fühlen. Und somit war dieser Punkt abgehakt. Dass es sie trotzdem beschäftigte, obwohl es nicht rational erklärbar war, überstieg seinen Horizont. Am besten nehme ich den Werkzeugkasten mit. Es lohnt sich, Kleinigkeiten zu verschönern und den Stand zu setzen. Kostet nicht viel, zeigt dagegen seine Wirkung beim Käufer. Blumen und Bücher auf dem Tisch sind ganz nett. Kostet, Atmosphäre, das ist das Zauberwort. Die meisten dörflichen Makler achten auf solche Dinge einfach nicht. Nein, weil die alle nur von Kuhfladen zu Kuhfladen denken, entfuhr es Rosamund. Dylan legte Messer und Gabel beiseite. Was willst du mir wirklich sagen? Nichts. Ich mag es nur nicht, wenn du so tust, als wärst du allen anderen Leuten haushoch überlegen. Ich denke nur mit. Dylan ließ sich nicht durch diesen Angriff aus der Ruhe bringen. Wie ich dir mehrfach erklärte, ist jeder Mensch auf sein eigenes Leben fokussiert. Selbst die Makler haben häusliche Probleme und Verpflichtungen. Deswegen muss man mitdenken, vorausschauend sein, so wie im Straßenverkehr. Ich sehe mich nicht als etwas Besseres, ganz im Gegenteil, sondern als Teil der Gemeinschaft. Und ich möchte dir helfen, einen möglichst hohen Preis zu erzielen. Rosamund nahm ihr Wasser und schluckte mit ihm zugleich all ihren Frust hinunter. Er behandelte sie wie eine Dreijährige und das Schlimmste daran war, dass er es nicht einmal bemerkte. Sie schwor sich nur an ihr Ziel zu glauben. Er musste mit nach Carrie kommen, sich in die Umgebung und das Lebensgefühl dort verlieben. Sie würden in ihr Cottage ziehen, zumindest immer für die Wochenende. Eines Tages fände er einen Weg, nur noch online seine Laborgeräte zu verkaufen und ihre Kinder würden auf Steinmauern balancieren. Eine Kindheit sollte Schafe haben, träumte Rosamund. Schafe und mehr. Das heißt, du wirst mit mir dorthin fahren? Sie unterdrückte den verräterischen Hoffnungsschimmer in ihrer Stimme. Natürlich werde ich mit dir dorthin fahren. Wir nehmen das ohne Umschweife in Angriff. Die Reisesaison beginnt und bald schwappen Flugzeugladungen voller Amerikaner rüber, die nur zu gerne ein Häuschen in Irland ihr eigen nennen würden. Neulich kam dieser Bericht im Fernsehen. Hatte ich dir doch von erzählt. Dieser Typ, der die alten Dinge abreißen lässt und sie modernisiert neu aufbaut. Seine Begeisterung für diese Reportage hatte ihr bereits früher nicht gefallen. In Verbindung mit ihrem Cottage war es jedoch wie der Zahnarztbohrer, der einen Nerv traf. Der Schmerz der Vorstellung zog durch ihren gesamten Körper. Zudem kannst du das unmöglich alles alleine. Kopfschütteln starrte er auf die Unterlagen. Das sage ich nicht, weil ich mich als etwas Besseres fühle, sondern weil ich weiß, wie schnell du überfordert bist. Das wäre aber jeder Schatz, der unverhofft ein Haus verkaufen soll. Sie wusste, dass er es nicht beleidigend meinte, nur ihr Wohl im Sinn hatte und so beließ sie es dabei. Sie hatte erreicht, was sie wollte. Er würde mitkommen und sie würde ihm die schönsten Tage seines Lebens bescheren. Am Ende würde er niemals wieder dort weg wollen. Und wer weiß, wenn er sich nicht mehr in seinem gewohnten Leben bewegte, würde er vielleicht ein wenig lockerer werden. Auf Mallorca waren sie in das Hotel gefahren, in welches seine gesamte Familie seit 30 Jahren jeden Sommer hinfuhr und manchmal auch im Winter. Mach dir keinen Kopf. Ich plane das schon durch. Heute Abend, wenn ich nach Hause komme, öffnen wir eine Flasche Wein und schauen, inwieweit du durch das Erbe deine Schulden dezimieren wirst. Er glaubte tatsächlich, dass dies ein großer Spaß würde und sie sich darauf freute. Kapitel 3 Imogen Der scharfe Geruch biss Imogen so stark in die Augen, dass sie oft eine Pause einlegen musste, bevor sie sich mit ihrem Messer wieder ans Zerlegen der Zwiebel machte. Seit drei Stunden arbeitete sie hier schon auf dem Koboldmarkt. Er war gut vor den Blicken der Menschen versteckt. Zwischen Moos und Wurzeln lag er im Schatten der Bäume des alten Gallagher Grundstücks. Der menschliche Besitzer war schon über 80 Jahre und sein Augenlicht hatte er längst durch selbstgebrannten Schnaps eingebüßt. Alle Jahre geschah es mal, dass sein Langbein aus Versehen auf den Markt gelangte. Doch es wurde ihnen ganz schnell unheimlich von den unsichtbaren Kniffen, Rempeleien und Schubsern und sie flohen, glücklich der unheimlichen Gefahr in Tronnen zu sein. Sprechen mochte keiner von ihnen über das Erlebnis. Zu groß war die Angst, für verrückt erklärt zu werden. Es war das erste Mal, dass Imogen nicht als Besucherin zum Einkaufen hier war. Sie hatte seit den frühen Morgenstunden tatkräftig geholfen. Eine Arbeit, die in die Knochen ging und an ihrem Selbstbewusstsein nagte. Ihr Rücken schmerzte, aber am meisten mal trittierte sie ihre ehemalige Ignoranz. Wann hatte sie damals nur eine Sekunde Ingang gehalten und sich gefragt, wie viel Aufwand dies bedurfte? Sie hatte immer nur konsumiert, erlebt, in Anspruch genommen und, wenn sie ehrlich war, auch gemeckert, ohne je etwas zu hinterfragen. Dabei gab es eine Menge zu tun, bis überhaupt die ersten Kunden kamen. Mäuse mussten ausgespannt, die Karren entladen und die Strände aufgebaut werden. Stände natürlich. Manche Kobolde waren davon abhängig, dass man hier einkaufte, statt nur bei seiner Familie zu stibitzen. Imogen zählte die Stunden, bis sie endlich nach Hause durfte. Es war für die Kobolde in ein Drahtseil, der ihr alles abverlangte. Nicht nur das Zerlegen des Gemüses benötigte echte Kraftanstrengung, sondern auch das Verstecken vor allen, die sich bis vor kurzem Freunde nannten. Eigentlich waren Imogens Bemühungen überflüssig. Als Arbeiterin, die sie nun war, hatte man ohnehin keinen Blick für sie übrig. Seufzend wischte Imogen sich mit einem Zipfel ihrer Schürze über die Augen, nahm ein Beil und hackte erneut ein großes Stück aus der Zwiebel heraus. Nach diesem Kraftakt zerkleinerte sie es säuberlich mit ihrem Messer, wog es ab und verpackte es in einzelne Portionen. »Hast du das von dem Wicklos gehört?« Die Worte ließen Imogen elektrisiert innehalten. Man tratschte über sie, und obwohl sie damit gerechnet hatte, zog sich alles in ihr zusammen. Sie wollte es nicht hören, und doch war da der brennende Wunsch, in ihr zu wissen, was man sich erzählte. Die Stimmen der Klatschweiber erkannte sie nicht. Dass Fremde sich über sie ausließen, jagte ihr einen eisigen Schauer über den Rücken, und die feinen Herrchen auf ihren Armen richteten sich auf. Imogens Messer durchtrennte die Schale der Zwiebel, während sie lauschte. Sie durfte nicht auffallen. »Die Wicklos?« »Oh ja, selbstverständlich. Die Kinder fassen es ja ganz schlimm auf. Sind sich nur am Prügeln, heißt es.« Die Stimme troff vor Arroganz und Bosheit. »Es war ein einziger Kampf,« dachte Imogen. »Nur einmal hatte ihr Sohn die Beherrschung verloren, und sofort stellten sie ihn als Schläger dar.« Das Mädchen arbeitet im Pub und bessert sich mit Flirts das Gehalt auf. »Ich habe sie neulich gesehen, als ich Großvater wieder abholen musste. Hübsch ist sie, keine Frage. Die Jungs lassen für ihre Dienste ordentlich verspringen.« Imogen brauchte alle Selbstbeherrschung, um sich nicht umzudrehen. Sie wollte ihre Buriana verteidigen und den Klatschwütigen verdeutlichen, wie sehr sie das Gerede verletzte. Nur, dass die Wicklos zu keinem Zeitpunkt Schwäche zeigten, hielt sie davon ab. Stattdessen ließ sie ihre Aggressionen an den Zwiebelstücken aus. »Meine Marygold hat gesagt, dass die Jungs viel mehr von der kleinen Wicklow bekommen, als das bestellte Bier.« In jedem Wort schwankt das Gift der Gehässigkeit mit. »Sie ist noch jung, man kann ihr nicht die Schuld daran geben.« »Ich frage euch, wenn der Baum faul ist, wie sollen dann die Äpfel schmecken?« Es heißt, der Vater versäuft das letzte Gold. Und die arme Imogen traut sich nicht mehr aus dem Haus. Sie schämt sich zu sehr. Eine der Frauen säuft zu schwer. »Aber dass sie jetzt noch das Haus abreißen, ist tragisch.« »Was? Wirklich? Oh, das ist ja fürchterlich.« »Das wünscht man niemandem.« Es war nichts als böser Klatsch. Imogen bemühte sich, trotz des Geredes ruhig zu bleiben. »Ich habe es beim Schmied gehört. Seine Tochter ist zu den Connors gezogen, und deren Langbein ist der Makler. Er hat den Auftrag direkt von der Erbin erhalten. Er soll es für sie verkaufen, und er hat wohl schon einen Käufer. So wie es aussieht, wird der Name Rutherford für uns Kobolde zum Schreckgespenst.« So sehr Imogen versuchte, ihre Angst niederzukämpfen, es gelang ihr nicht. Das Messer in ihrer Hand zitterte so stark, dass es ihren Händen entglitt und auf den Boden fiel. »Ich glaube, bei den nächsten Wahlen bin ich für Brown. Er hat ganz recht, wir müssen fort von den Menschen. Ich helfe meiner Familie nicht mehr. Kein bisschen.« Selbst wenn dieser Rutherford ihr Heim dem Erdboden gleichmachte, niemals würde sie Will Brown wählen. Selbstsüchtig hatte der Politiker ein Bauunternehmen gegründet, das Wohnungen in Bäumen verkaufte, und gegenwärtig machte er aus der Auffetzung der Kobolde gegen die Menschen ein großes Geschäft. Alle investierten sie ihr Gold in Zweitwohnungen oder begannen damit, ihre Zukunft im Baum zu planen. Zwangsläufig ging Imogen zu Fuß durch den Wald und fast jedem Stamm war bereits ein kleines Verkaufsschild angebracht. Binnen von nur sieben Jahren war er zu dem reichsten Kobold im Umkreis von Carrie geworden und er strengte sich an, zum reichsten von Irland zu werden. »Die Zwiebeln gehen mir aus«, rief Imogen, Chefin vom Verkaufsstand aus, und ehe sie ihren Namen fallen ließ, hob Imogen das Messer auf, wischte es ab und arbeitete hastig weiter. Mit Schwung ließ sie ihr Messer niedersausen, all ihre Verzweiflung und Wut in die Arbeit mit einfließend. Sie hörte, wie die Frauen über die Vorteile von Baumwohnungen sprachen und sich letztlich verabschiedeten. Doch alles, was Imogen beschäftigte, war, ob es stimmte. Würde man ihr Haus abreißen? Tränen trat mir wieder in die Augen, diesmal nicht wegen der beißenden ätherischen Öle. Wenn es da draußen eine Macht gab, die über kleine Kobolde wachte, sollte sie endlich ein Wunder geschehen lassen. Kapitel 4 Rosamund »Leben wir nicht in einem wunderschönen Land?«, fragte Rosamund und blickte verzaubert durch die Windschutzscheibe. Sie fuhren eine Straße entlang, an deren Steinmauern Löwenzahn in satten Gelb blühte. Auf unsagbar grünen Wiesen grasten Rosamunds geliebte Schafe und gaben ihr ein Gefühl von Ruhe. Wir haben die Schönheit direkt vor der Tür und meinen, wir müssen ins Ausland reisen. Es ist wesentlich günstiger, einen All-Inclusive-Urlaub zu buchen, wie wir auf Mallorca, als aufs Land zu fahren und dazu gibt es gratis auch noch eine Schönwettergarantie. Seit Tagen nutzte Rosamund jede Möglichkeit, Dylan für das Landleben zu begeistern. Sie kaufte Zeitschriften über das Leben auf dem Land, wies ihn auf all die Schönheit hin, die ein Dorf zu bieten hatte und bezahlte sogar jemanden, der ihm von der irischen Natur vorschwärmte. Nichts half. Dylan blieb gleichgültig, oder besser gesagt ablehnend der Idee gegenüber, das Cottage als Wochenendhaus zu nutzen. »Du vergisst, dass wir ein Haus auf dem Land besitzen«, strahlte Rosamund ihn an. »Noch haben wir ein Haus auf dem Land«. Dylan hätte die Betonung gar nicht so deutlich auf das »noch« legen brauchen, denn Rosamund hörte genau hin, was er sagte. »Stell dir nur vor, wie herrlich es ist, an einem Freitag einfach die Taschen zu packen und herzufahren, am Meer spazieren zu gehen und morgens in einem kleinen Kaffee zu frühstücken. Penny Lane würde es hier auch mehr lieben als die Parks in Dublin.« Sie drehte sich zur Rückbank um, auf der ihr Hund angeleint saß. »Penny Lane ist ein sozialisierter Hund. Meinst du nicht, dass sie ihre Hundefreunde vermissen würde?« Zweifelnd warf Dylan einen Blick in den Rückspiegel. »Es ist erstens nur ein Gedankenspiel und zweitens wäre es ja nur für die Wochenenden.« Sie lehnte sich zu Dylan hinüber und kuschelte sich an seinen Arm. »Und wann treffen wir unsere Freunde? Während der Woche arbeiten wir.« Rosamund seufzte frustriert, rückte wieder von Dylan ab. »Unsere Freunde.« Es waren in erster Linie seine Freunde, die Rosamund viel zu steif waren. Bei ihnen ging es nur um Karriere und darum, sich im besten Licht zu präsentieren. Ihr bemüht aufrecht erhaltene Lebensfreude begann zu bröckeln. Sie hatte zu lange jeden Kommentar geschluckt, eine gute Miene zu seiner ablehnenden Haltung gemacht und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis ihr der Kragen platzte. Statt ihm zu sagen, dass sie nicht verkaufen wollte, gab sie ihm die faire Chance, selbst darauf zu kommen und zählte stattdessen lieber gedanklich scharfe. »Siehst du, wie wichtig ein Navigationssystem ist? Hier hat man wieder so ein Scherzkeks einfach ein Straßenschild umgedreht.« Rosamund schmunzelte und ihre Stimmung hälte sich automatisch auf. Tatsächlich, der Bildschirm des Navi stimmte nicht mit dem Schild überein. Das hat Mom manchmal mit Bessie gemacht. Die Leute wollten zu einer Ruine. Stattdessen landeten sie bei den Clearies. Dort gab es Tee und Geschichten für sie. So mancher ließ nicht nur sein Geld, sondern auch sein Herz dar. Mama verdrehte ihnen allen den Kopf. »Ich weiß nicht, wie man so etwas gut finden kann. Genau das ist der Grund, warum man uns ihren für Kleinkriminelle hält.« Er warf Rosamund einen kurzen, tadelnigen Blick zu. »Wir improvisieren!« Die Empörung entwich ihrer Kehle lauter, als sie es gewollt hatte. »Wenn man kein Geld hat, dann wird man eben erfinderisch. Wie schön, dass du von Engländern abstammst.« »Das ist Rassismus und reines Vorurteil«, erwiderte Dylan Kühl. »Meinst du, meine Familie hätte nicht einfallsreich sein müssen, nur weil wir Geld hatten?« »Warst du schon immer so?« Rutschte Rosamund ihr Gedanke über die Lippen und sie wünschte sich gleichzeitig, er hätte es nicht getan. Dylan sah verunsichert zu ihr rüber. Sie wusste, dass er sie liebte und sie auf keinen Fall verlieren wollte. Dennoch machte er es ihr nicht so leicht zu bleiben. Warum musste er nur so kompliziert sein? Konnte er nicht einfach mal leben? Musste er denn immer zu seinem Verstand einschalten? Am Anfang ihrer Beziehung hatte sie geglaubt, ihn aus seinen starren Strukturen herauslocken zu können. Doch das gelang ihr immer seltener. Sie hatte den Urlaub auf Mallorca gewollt, um sich wieder in ihn zu verlieben. So richtig, mit Bauchkribbeln und Dauergrinsen. Sie hatte geglaubt, dass er fern von seinen spießigen Freunden und der konservativen Familie aufblühte. Früher hatte sie ihn immer wieder rausreißen können aus seinem engen Korsett. Es hatte aber nie lange angehalten. Die Schmetterlinge wollten einfach nicht mehr in ihrem Bauch tanzen, wenn sie ihn sah. Sie wollte nicht, dass ihre Liebe zur Gewohnheit wurde. Sie wollte dillen, unbeschwert, aus vollem Herzen lachen, spontan, verrückt und nicht, dass er sich nach kürzester Zeit selbst maßregelte. Sie wollte den Mann hinter seiner strengen Fassade. Ich werde den Gedanken nicht bloß, dass du dieses Haus behalten willst. Sie schwieg, denn sie ahnte, dass wenn sie jetzt aussprach, was in ihr vorging, alle Pläne für schöne Tage zerstört waren. Sie würde seinen Verdacht bestätigen. Es würden endlose Diskussionen folgen mit Argumenten, die so vernünftig waren, dass sie nicht widersprechen konnte. Wie ein Scheidungskind würde sich Penny Lane auf der Rückbank unwohl fühlen. Rosamund hatte es als Kind gehasst, hinten zu sitzen, wenn vorne ein Streit tobte. Ich weiß nicht, was ich denke, grummelte sie stattdessen, und um jede weitere Nachfrage zu ersticken, drehte sie die Lautstärke des Radios höher. Meile um Meile, die das Auto weiter fuhr, wurde Rosamund nachdenklicher. Geschichten kamen ihr in den Sinn, die ihre Mutter ihr erzählt hatte, wenn sie zu Tante Bessie fuhren. Geschichten über die Koboldfamilie Daly aus Carlo, die ihr ganzes Gold darauf verwetteten, dass eine Hochzeit nicht stattfinden würde. Sie erinnerte sich an die große Feenkönigin des Winters, deren wunderschöne filigrane Tänzerinnen die Sträucher und Mauern mit Frost überzogen. Auch fielen ihr die Legenden wieder ein, wonach die schönsten Menschenkinder von dem alten Volk zu sich geholt wurden, weil so viel Schönheit dem Menschen nicht zustand. Besonders Tante Bessie hatte den Geschichten Leben eingehaucht. Mit einem Holzlöffel schlug sie den Takt der Trommel, wenn der große Krieger Callum gegen den König der Unterwelt antrat. Ein Geschirrhandtuch diente ihr als Schleier, um seine Angebetete darzustellen, und jedem hatte sie eine eigene Stimme verliehen. Letztlich waren es immer die Prinzessinnen gewesen, die ihren Prinzen das Leben retteten. Mit Stöcken hatten sie im Garten gekämpft. Moderne Zeiten, kleine Rosamund, verlangen Heldinnen, die sich den Drachen zum Haustier machen und den Prinzen vor dem Schurken retten. Sie warf einen Blick zu ihrem Prinzen, den sie versuchte, vor dem großen Ungeheuer Namensroutine zu beschützen. Was, wenn er gar nicht gerettet werden wollte? Wenn sich Dylan nur wohlfühlte, wenn er sich in seinen logischen Überlegungen erging, machte sie sich nur etwas vor? Tränen stahlen sich in ihre Augen, als sie überlegte, ob es nicht ratsamer war, sich von ihm zu trennen. Sie drehte an ihrem Verlobungstrink in der Hoffnung, er könnte ein Wunder bewirken. Sie liebte Dylan, aber konnte sie noch weitere Jahre damit verbringen, ihn aus seiner Erstarrung zu befreien? Je länger sie zusammen waren, desto grauer und unkreativer wurde ihre Welt, und bevor sie sich versah, sehe sie genauso unterkühlt und geschäftsmäßig aus wie ihre Bekannten. Ich hätte eine Bitte. Lässt du mich und Penny Lane zunächst allein ins Haus gehen? fragte Rosamund traurig. Er warf ihr einen raschen Seitenblick zu, ehe er sich wieder auf die Straße konzentrierte. Sicher? Nein, sie war sich nicht sicher. Doch sie hatte keine Lust, mit ihm zusammen den ersten Schritt in ihr kleines Haus zu machen. Sie brauchte Zeit für sich. Sie wollte es nicht nur sehen, sie wollte das Haus auf sich wirken lassen. Er schien zu überlegen und eine kleine Stimme in ihr hoffte, er würde sich nicht wegschicken lassen. Okay, sagte er bedächtig, wenn das dein Wunsch ist, ich werde die Zeit nutzen, um in den Pub zu gehen, um mich dort ein wenig umzuhören. Hier ist es bestimmt ein großes Ereignis, wenn ein Haus verkauft wird. Vielleicht können sie mir wertvolle Informationen geben. Du sagst aber nicht, dass ich verkaufen will. Ich habe mit dem Maklern gesprochen. Glaubst du, es besteht eine Chance, dass sie es im Dorf noch nicht wissen? Mürrisch verzog Rosamund das Gesicht und widerstand dem Drang, ihre Beine ganz nah an ihren Körper zu ziehen. Wenn sich erst einmal herumsprach, dass sie verkaufen möchte, würde sie garantiert als Feind abgestempelt. Man sollte sie und Dill nicht die Städter nennen, so wie man hier ihre Mutter und ihre ständig wechselnden Liebhaber bezeichnet hatte. Sie wollte gemocht werden und träumte davon, durchs Dorf zu gehen und von jedem gegrüßt zu werden. In ihrer Vorstellung besaß sie ein Fahrrad mit Körbchen und zwei Kinder, die neben ihr herradelten. Rose, ich habe dich gefragt, wie lange du zum Besichtigen des Cottages benötigst. Ich melde mich. Nervös beobachtete sie den kleinen Pfeil auf dem Navigationsgerät, der immer näher an Bessis Haus heranrückte. Kapitel 5 Imogen Ella meint, dass ich ab Juli ihrem Großvater zur Hand gehen kann, berichtete Micky, während er die linngrüne Koboldtür überstrich. Sobald ihre Schwester auszieht, brauchen sie mindestens einmal die Woche Hilfe. Du weißt schon, jemand, der auf den Alten aufpasst, wenn sie einkaufen oder Besuche machen. Es war Frühling und wie immer, sobald die ersten wärmeren Sonnenstrahlen Irlands Wiesen trafen, war es Zeit, die Schäden des Winters zu reparieren. In diesem Jahr legte Imogen besonderen Wert darauf. Sie verhielt sich, als würden sie noch Ewigkeiten in dem Cottage wohnen und versuchte dadurch, das Schicksal zu überlisten. Gemeinsam hatten sie sogar Kieselsteine gesammelt, um damit den Weg bis zur Haustür neu auszulegen. Und da Imogenes Talent darin bestand, zur Arbeit zu ermuntern, herrschte seit Tagen reges Treiben im Haus. Ich glaube, ich schaue mal durch Bessis alte Kleider. Wäre es nicht fabelhaft, ein paar grüne Vorhänge zu haben? Passend zu dem Efeu, fragte sie sich gerade laut, als hinter ihr ein Mann sagte, dass er an ihrer Stelle lieber zusehen würde, die Tür verschwinden zu lassen. Als sie sich umdrehte, um zu protestieren, schluckte sie widerwillig ihre Worte gleich herunter. Auf einem Hasen saß niemand Geringeres als Ennis, der Polizeichef. Trotz seines fortgeschrittenen Alters sprang er leichtfüßig von Mr. Twig und landete grazil im Gras. Wann immer sie ihn traf, fühlte sie sich wie der Grashüpfer, der sie einst war. Was war sie damals in ihn verliebt gewesen? Er, der schlanke Ennis, war der Held ihrer damaligen Tagträume, so attraktiv, dass man ihn häufig für einen Feenrich hielt. Stunden verbrachte sie damit, nach ihm und seinem Wiesel Ausschau zu halten, um dann zufällig seinen Weg zu kreuzen. Und obwohl er stark in die Jahre gekommen war, sprühte er weiterhin vor Scham. Bei manchen Männern schämte man sich, dass man sie irgendwann großartig fand. Und bei anderen verstand man auch Jahrzehnte später noch den Teenager in sich. Ich sage ja auch gar nicht, dass sie ausziehen müsst. Ennis klang so verständnisvoll, dass allein seine Stimme sich wie die Umarmung eines Freundes anfühlte. Ich meine nur, dass sie vermutlich einen Gutachter rausschicken und dann seid ihr gesetzlich verpflichtet, ein Mauseloch vorzutäuschen. Koboldgesetz. Ich möchte nur, dass eurer wunderschönen Tür nichts passiert. Es ist die schönste Haustür weit und breit, so liebevoll gefertigt und solch brillante Arbeit, wie sie nur dein Mann bewerkstelligen kann. Mr. Twig, Sie werden mir nicht wieder flüchten. Ennis drehte sich zu seinem Hasen um, der unruhig seine Löffel spielen ließ. Aus seiner Umhängetasche nahm Ennis ein geknüpftes Seil und schwenkte es in Richtung seines Reittiers. Weißt du, Imogen, ich habe in den Jahren allerlei Dinge gesehen. Viele Kobolde mussten schon in ihrer Not alles abmontieren oder Steine vor ihre Haustür schieben, weil der Prüfer nahte. Bei ihnen kein Verlust, aber bei euch. Ihre Blicke huschten hinüber zur Tür und Micky trat einen Schritt zurück, damit sie bessere Sicht auf das Meisterwerk hatten. Über der Tür war ein Dach angebracht, damit sie nicht im Regen nach dem Schlüssel suchen mussten. In die Tür und den Rahmen waren feinste Kleeblätter geschnitzt, umgeben von Moos, Flechten und Efeu. Wie geht es deinem Mann eigentlich? Man sieht ihn ja kaum seit damals. Vor zwei Jahren hatte Seamus einen entsetzlichen Unfall gehabt. Er war von einem Stein in den Fluss gerutscht, die Stromschnellen hatten ihn gegen Felsen gedrückt, ehe ihn ein von Kobolden dressierter Rettungsrabe herausflog. Lange hatten Imogen und die Kinder um sein Leben gebankt. Erst entdeckten sie die Knochenbrüche, doch dann kam das hohe Fieber und der Weg der Genesung war noch nicht beendet. Seamus mied jetzt das Wasser und Tischler hat er nicht mehr. Jeden Tag geht es ihm ein wenig besser, sagte Imogen beschwenkt, denn es war nicht gelogen. Er hatte bisher nur Fortschritte gemacht, minimale Fortschritte und dann mal wieder größere. Aber solange er nicht stehen blieb oder zurück in Depressionen fiel, war sie zufrieden. Ihr habt diese Schicksalsschläge nicht verdient, meinte Ennis, und es kam aus den Tiefen seines Herzens. Von all den Kobolden habt ihr es nicht verdient. Hat Brianna dir erzählt, dass wir uns gestern getroffen haben, als sie auf dem Heimweg war? Was hat sie angestellt? Nichts, nichts, versicherte Ennis schnell. Ich weiß, sie ist ein zähes Mädchen und ich habe gehört, dass sie auch eine ordentliche Rechte drauf haben soll. Aber es wäre besser, wenn ihr sie lieber nicht alleine so spät nach Hause gehen lasst. Sie ist eine echte Schönheit, eure Kleine. Ich habe mitbekommen, dass ein paar Jungs Wetten abgeschlossen haben, wer sie zum Lächeln bringt. Süß und völlig ungefährlich. Aber gestern Abend habe ich beobachtet, wie ihr irgendeiner der Bengel nachging. Kaum, dass er mich sah, ist er ins Dickicht gesprungen und weg war er. Sie hat sich noch umgedreht und hat selbst im Gebüsch nach ihm gefahndet. Sie ist ein starkes Mädel, doch sie darf sich nicht überschätzen. Miki unterdrückte nur schwer ein Lachen, was Imogene unpassend fand. Falls Jungs tatsächlich Brianna verfolgten, mussten sie mehr auf sie aufpassen. Ich glaube nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen. Mit Brianna legt sich so schnell keiner an. Imogene war sichtlich stolz auf ihre wehrhafte Tochter. Es hien momentan ein paar Feenjungs durchs Land, die alles andere als harmlos sind und die wissen nicht, dass Brianna auskeilen kann wie ein Pferd. Imogene nahm Ennis Hände in ihre und dankte ihm. Es war etwas Besonderes, dass jemand sich um sie sorgte und keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Mit wem ist Twig denn da in einen Kampf geraten, erkundigte sich Miki und wies auf das Ohr des Hasen, dessen Spitze angekaut aussah. Oh, die Leary Boys dachten, sie könnten einen Fuchs einfangen, der des Nachts in den Hühnerstall einbrach. Sie waren ein wenig überfordert mit dem Meisterdieb und der Bauer lag wohl auf der Lauer, um dem Fuchs ein Loch in seinen schönen roten Pelz zu schießen. Es ging sehr rasant zu, aber letztlich haben die Leary Boys es geschafft, das Tier vorher einzufangen. Im Eifer des Gefechtes hat Twig sich mit dem Ohr im Stacheldraht verfangen. Ich war vorgestern bei ihnen. Der Fuchs kann sich jetzt schon auf Befehl hinlegen, damit sie an ihm hinaufklettern können. Beeindruckend. Setz ihm doch bitte nicht solche Flausen in den Kopf, Ennis. Du weißt doch, wie er ist. Er hat nichts weiter als seine Viecher im Kopf. Und er hat ein gutes Gespür für Tiere, lobte Ennis, der Miki, schon als er noch jünger war, immer mal mitgenommen hatte. Sogar als er statt des Hasen noch einen Wiesel hatte. Wenn du mal jemanden brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich nehme auch kein Gold. Für dich mache ich das einfach nur so, stellte Miki klar. Und Ennis lächelte sanft. Er wusste ebenso wie Imogen, dass Miki nicht Hilfe anbot, sondern bettelte, mehr Zeit mit dem Hasen verbringen zu dürfen. Wenn deine Mutter nichts dagegen hat, würde ich dich gerne am nächsten Sonntag auf einen Hasenritt mitnehmen. Ich muss den ganzen Weg zum Meer hinunter, wegen der Verhandlung des alten Belfort. Wir erwarten, dass es spannend wird. Seine Kinder sind nicht ohne und man darf wohl mit einem Fluchtversuch rechnen. Du könntest für deine Mutter bei der Gelegenheit auch ein paar Muscheln mitbringen. Was hat er denn diesmal wieder gemacht, fragte Imogen, nachdem sie großzügig erlaubt hatte, dass Miki Ennis begleitete. Hat es mit dem Poltern übertrieben. Die alte Dame, die bei ihnen im Haus wohnt, hat sich so erschrocken, dass sie die steile Treppe hinuntergefallen ist und seither im Krankenhaus liegt. Sie hat angeblich Kobolde gesehen und du weißt, wie die Regierung ist. Da verstehen sie keinen Spaß. Helfen, aber nur in Maßen und sich nie zu erkennen geben, sagte Imogen das Sprüchlein auf, das sie schon in der Koboldschule auswendig gelernt hatte. Außer sie retten dich oder es liegen ganz besondere Umstände vor. Ennis nickte mehrfach in eigenen Gedanken vertief. Bevor ich es vergesse, seid vorsichtig mit dem Hund der Parkers. Er hat schon zwei Kobolde gefressen. Imogen griff sich ans Herz. Seit wann essen Hunde denn Kobolde? Die Hunde der Städter. Meist schon Generationen nicht mehr auf dem Land gewesen. Wir gehen davon aus, dass sie uns für Mäuse halten, genauso wie die Katzen. Die Stadttiere kennen die Natur nicht mehr. Sie haben ebenso wie die Menschen verlernt, wer wir sind und dass man uns mit Respekt behandeln muss. Schlimmer, wir stehen von nun an bei Ihnen auf dem Speiseplan. Ich wollte euch nur warnen, ganz besonders dich, Micky. Und noch einmal, wegen Bojana. Ich weiß, Ennis, ich passe schon auf sie auf, sagte Imogen. Ennis verabschiedete sich, ich kletterte auf seinen Hasen und nahm seinen Weg wieder auf, während Imogen sich auf den nächsten Stein setzte und den Kopf deprimiert mit ihren Händen abstützte. Das waren zu viele schlechte Nachrichten an einem Tag gewesen. All ihre Energie war verpufft und ihr war danach, sich ins Bett zu legen und die Decke über ihren Kopf zu ziehen. Mom, wollen wir weitermachen? fragte Micky, dessen Wangen voller Vorfreude glühten, mit Ennis zur Verhandlung koppeln zu dürfen. Schwerfällig raffte Imogen sich auf, sich tausend Jahre alt fühlend. Die Show muss weitergehen, sagte man das nicht in Momenten wie diesen, wo man Türen abmontieren sollte und Kunde Kobolde fraßen? Doch dann nahm Imogen ein Geräusch wahr, das sie schon lange nicht mehr gehört hatte. Ein Auto kam den Weg herunter und dann hörte sie, wie es abbremste. Auch Mickys Kopf hob sich erstaunt und voller Aufregung, die leicht in Panik übergehen konnte, sahen sich Mutter und Sohn stumm an. Die Autotür öffnete sich und Adrenalin schoss durch Imogens Venen. Seit ihrer Jugendzeit war sie nicht mehr so schnell gerannt. Sie musste unbedingt zu einem Aussichtspunkt kommen, von dem aus sie alles sehen konnte. Ja, und damit schließe ich heute aber keine Sorge. Morgen Abend bin ich wieder da und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Nacht Träumt schön von Irland und von den Kobolden. Bis dann. Ciao.